hallo liebe community family und zuschauer ich bin's wieder euer gemanico mit der folge 30 von die die tun sich da jetzt aufstellen das einzige was ich jetzt noch machen könnte mehr schon das sind bei kann die sind zerstörbar also er war es gleich zurücksetzen die balkan dazu zerstören und ja aber ich nehme es noch die lanzen fuzzis ausschalten er ist zeit vor dass ich kein freundlich vorher so joshico zurücksetzen Oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja. So, der Panzer ist da. Wir müssen die Barikanen zerstören, da kann der Panzer gut durchfahren. Und zwar muss ich noch überbehalten. Sehr schön. Da steht ja gerade sehr schön der Gegner, ne? Ja? Best, mein Freundchen. Bitte lass es ein Heddy werden. Und was für ein Heddy! Mein Lieblingssniper, Marianne. Ich liebe dich, Baby. Ich liebe dich, Baby. Ich liebe dich, Baby. Okay. Ah, sehr schön. Ich stehe hinter einem sichereren Felsen. Wenn du da ein Treffer landest, erschieße ich dich. Ich liebe dich. Dein Todeshotel. Dein Todeshotel. Tupf. 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 Wollte ich mal machen. ja immer schön auf deinen eigenen leute kohle kreis hat kreis kann mir jemand mal kurz danke bitteschön alter geht nicht alles klar kohle kassel scharfschützen du bleibst biete bei dieser stelle ja mein Weg komm schon alter das gibt es doch schon wieder nicht so ich bleib hier äh gut mach mal hier weiter ja kohle 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 es ist doch nicht wahr es ist doch nicht wahr kohle 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 Das ist alles, was wir brauchen. Den habe ich aktiviert. Ach, den muss man da und da aktivieren. Und da war eine Aktivierung. Scheiße. Okay. Das ist alles, was wir brauchen. Will sein. Jetzt geht's. Rückmeldung. Wir nehmen den Begriff. Los geht's. Ich bin schnitzter. Ich bin schnitzter. Ich bin schnitzter. Er ist grüß. und zwar ist turtle-Täubchen nein was habe ich habe ich noch einen kann ich noch und das war nun mal eher ich muss Aika auffahren Aika du musst sehr schön ups gut Aika muss sich opfern yes Aika dreht dich um bitte 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 Aika umdrehen Hallo he Pfft He Aaaaaaahhh! Bye! Bye! Aber die haben jetzt einen Fehler gemacht. Einen kleinen Fehler haben die jetzt gemacht. Und denen kommt sie teuer zu stehen. So. Erstmal. So. Oh, hier steht alles so. Oh, Mochukratz, hier ist ihr. Turns, boter es nicht. lại? Na. So. 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 Geben, bitte. Geben, bitte. Oh, shit. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Wenn ich die Schraub. Dann bin ich hier. Ich bin der Schraub. Ja! Das ist der Schraub. Die kippt am Arsch und repariert dich so oft ich kann. So schön. Fahrstuhl aktiviert. Ach shit. Ich hab mich nicht. Überrasch und runterfass. Gut, ich bin. Gut, ich bin. Beide nicht. Ich bin. 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 Sehr schön. Sorry, dass ich jetzt das Schild nehme, aber es muss sein. Ich habe mich auch so gut. Das war's für heute. einen Lanzenschießer haben die tatsächlich noch da hinten in der Ecke vergraben, ey. Und da kommt noch was aus der Ecke. Aber ihr bleibt keinen Spaß mehr haben. Freut euch darauf schon mal. Alles klar? Die brauchen wir jetzt. Jetzt werden die gefarmt. Die werden sowas von gefarmt. Okay. 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 Also würde es nicht mehr sobell. Ja, ja, so. Jeder weiß, du hast mir einen Gefallen. Tue ich dir doch gerne. Weg! Und schön nach unten. Bist du mein Papa? Nein, das nicht. Wir müssen die ab... Das mach ich jetzt mit ihr. Weil da hinten ist ja auch noch eine Scheiße. Oh, da hat sich noch jemand versteckt. Und tschüss. Damit war es auch damit. Gut. 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 Wo geht's hier raus? Ach, da. Und da mal einsteigen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass sie da noch einen verkackten Sniper haben. So, du Sniper. Das hat sich ausgeschnallt. Oh. Ja, meine lieben Leute, das war's mit der dreißigsten Folge. Ich hoffe, dass wir nächste Folge dann das, äh... Die Schlacht beenden. In dem Sprechen sage ich wie immer Zocko. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ah, geht mit Co. Bis raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule. Die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule. Ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zocko. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.